Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es dann wieder ein neues Highlight Video und zwar von der Solo-Hype-Night, die ich am letzten Samstag gespielt habe. Im Video kann man leider etwas stark die Tastaturgeräusche und die Mausgeräusche hören. Ich hoffe es stört nicht allzu sehr. Werde ich auf jeden Fall versuchen in den nächsten Videos wieder zu verbessern, in den nächsten Highlight-Videos. Und wenn ihr auch mal solche Cups live sehen wollt, checkt, drückt den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Dort kommt ihr zu meinem Twitch-Kanal und ihr könnt natürlich dort gerne auch ein Follow da lassen. Heute wird auch wieder ein Stream folgen, da heute die nächste Solo-Hype-Night ist, die wir natürlich spielen werden. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dort vorbeischaut. Außerdem lasst natürlich gerne auf dem YouTube-Kanal hier ein Abo da, damit wir demnächst auch mal die 250 Abonnenten erreichen. Und bewertet, kommentiert und teilt dieses Video und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit den Highlights. Oh nice. Da denke ich mir so, Bruder, dann haben wir ja nur Deutsche. Nice, 85er. Was ist er denn für einen Creative-Schwitz da? Und er hat meine ganzen Mets jetzt. Und er hat meine ganzen Mets jetzt. Ich habe schon so lange keine Traps mehr gehabt. Also auf europäischem Server. Ich habe schon so lange keine Traps mehr gehabt. Ich habe schon so lange Zeit. Oh dieser. Aber ich bin so lange, dass die sich dann Pas дела gleich, es ist ein Ein doveο Tipp. Das weiß ich schon lange hast. British- khi mache mich ja nicht in den Reald-Schwitz Ich hab die processo gemacht. Der Shop allgemein ist nice, oh der Tanzt, der ist nice, würde ich mir aber vermutlich nicht. Jawoll. Äh, ja, Punkte in den Asien Cup halt. Ober wird Top 10%. Ja. Mit dem 300er Ping, huch. Und Lars auch. Jetzt haben wir beide den Skin. Ach so, ja, dann bleibe ich hier. Oh ne. Ja, egal. Geht, geht, geht. Es wäre Ehre, wenn ihr Sohn dahin movt, wo der Loot runtergefallen ist. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh, ich habe so geiles Positioning, oh my god. Beste Leben alter. Ich finde es irgendwie ein bisschen komisch, dass du irgendwie, du bist halt so von meinen Freunden der meiste, der trainiert. Und auch oft trainiert. Jawoll. Nächster Kill. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Papst, hier kapst du. Okay. Sagen Sie mir die richtige Antworten. Wie ist das? Ja, same. Aber bei mir ist das wahrscheinlich sehr schmerz. Okay. 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 Das war's.